Hi Leute und willkommen zurück zu Asterigos. Im letzten Part haben wir es doch noch irgendwie geschafft, Titan zu besiegen, wieder zum Schlafen zu bringen und uns den Funken zu holen. Also reine Sternit-Energie, was auch immer wir damit vorhaben. Und unser Papa ist wieder weggelaufen, weil er uns nicht mag. Und wir haben hier ein neues Echo bekommen. Halt es. Ja, Sir. Ist das die Thee's Camp? Nein, Sir. Das ist die Camp von Logos Gallus. Es ist nur Sie und Old Whitebrow hier. Was sind die anderen Thee's? Sir, die anderen sind die Kontrolle durch das Sound. Sir. Stop zu sprechen wie das. Was ist das? Warum stehst du jetzt? Ich werde hier warten, bis Hilda wachst. Und du bleibst wo du bist und dich selbst wachst. Otherwise, ich werde dir die Legge ausbauen. Enteilt? Ja. Aber sie ist noch nicht so жив? Shut up. Okay, dann gehen wir zu Minerva. Ja, wir haben die anderen beiden Forscher nicht gefunden, obwohl die eigentlich hier sein müssten. Ja, ja. 47.000. Ähm. Wie kann dieser Hügel-Servant sein, Freund? Ich freue mich auf Ihre nächste Besuchung, Freund. Hey, sweetie, what's up? Ein Upgrade 20.000. Okay, äh, für dich hatten wir jetzt auch genug, das heißt, du bist auch nochmal geupgradet. Danke. Danke. Also ich habe, was ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt, ich habe fünf Level gemacht. Nur in diesem letzten Gebiet, weil ich so oft bei dem Boss gestorben bin. Beziehungsweise, ähm, Fall-Damage, die Ads haben mich getötet oder irgendwie sowas. Und die Ads haben halt so viel XP gegeben, dass wir von Level 37 auf 42 gegangen sind. Und das, ja, ne? Damage. Alles in Damage. Leben bringt halt fast nichts, da rein zu skillen. Äh, und das ist auch nur so semi, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte geholfen, dieses Fertigkeitsschadensrate, ähm, dass dadurch die Fertigkeit, die man benutzt, irgendwie so eine Art höheren Crit-Schaden haben oder irgendwie so. Aber irgendwie sehe ich da nicht so großen Unterschied. Aber was halt sehr gut ist halt die ASPR, Astralpunkt-Regenerationsrate. Das ist halt schon sehr, sehr nice. Ähm, wir hatten Schild geskilled, Schildschwert geskilled, ne? Warte. Genau. Was kann ich für dich machen? Machen wir meine Tasche voll? Ich hab echt nichts mehr. Schlecht. Muss ich mit der einen Flasche auskommen. So. Oh. Ja. 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 Schraxi. Ja. 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 Unsere Leben könnten sogar noch mehr Primitiv und Barbarisch sein als die in Anbari sein. Um die Kurse zu erzeugen, müssen wir das Risiko schüttert. Aber wenn die Kurse nicht erzeugt, dann Aphis ist verletzt. Aber bitte, halten das zwischen uns. Wenn die anderen Fakten wussten, dann würde sie das nie geben. Also muss ich vorsichtig die Konsequenzen. Tanrius hat uns einen Weg geholfen, um den Nexus zu erzeugen. Ist noch etwas etwas Angst? Also was sie eigentlich gesagt hat war, wir haben mit der Energie rumgespielt, wurden deshalb verflucht und versuchen den Fluch jetzt aufzuheben, indem wir wieder mit der Energie rumspielen. Oder? Es ist etwas anderes. Habt ihr von Petraeus' Freethinker-Scholern gehört? Hm, ja. Aber es sind nur ein paar von ihnen. Ich dachte, sie könnten sogar eine Legende sein. Wenn ich sie in den Fakten gesehen habe. Die Physikoi-Scholern beschäftigt mit der Magie. Was? Das heißt, sie eigentlich existieren? Ja. Und sie sind nicht bereit, dass alles zu tun, was die Leben verletzt würde. Sie sind direkt opposed zu Petraeus' approach zu Forschung. Das geht mit dem, was ich gehört habe. Hm. Hm. Wenn sie in der richtige Weise benutzt, dann magie ist das beste Tool für die Welt zu entwickeln. Hm. Hm. Was? Was? Hilda. Ich bin sehr interessiert in den Fakten, die die Scholern haben. Ich würde wirklich gerne mit ihnen sprechen. Vielleicht kann ich sie senden Bayern mit ihnen mit ihnen. Wenn sie bereit sind. Sounds gut. Ist es etwas, was ich... Wenn du Zeit hast, kannst du fragen, ob sie bereit sind. Ich bin sehr interessiert. Also, ich bin mit ihnen. Ja. Es ist eine andere Sache. Minerva, ich... ... sah Vater. Ich verstehe. Ist es gut? Du bist so? Nichts? Du bist so? Nichts? Ich bin sicher, dass ich ihn nach ihm gehen könnte? Ich bin. Aber du hast gesagt, dass du zurückgekommen und mir sagst. Das zeigt, dass du nicht planst, um unsere Begründung zu verletzen. Und für das, ich bin dankbar. Als mein Kommandor, er hat mich zurückgebracht in Anbari. Er sagt, dass ein Soldaten sollte nicht tun, was ich mache. Ich weiß nicht, was ich sollte. Ich möchte hier sein, natürlich. Aber wenn ich mich zu lange... ... werde ich disobeying in Ordnung. Wenn ich warte, bis das ist vorbei... ... werde ich sehr verletzt. Du hast viele Möglichkeiten, und ich habe dich nicht verletzt. Also, warum bist du hier noch nicht? Weil wenn ich hier leave Aphis, ich weiß, ich will es. Und warum nicht ein Heroin? Nicht jeder hat die Chance, auf einer so glücklichsten Stelle zu stehen. Aber ich verstehe, dass du kämpfst. Es gibt Zeiten, wenn ich mich auch fragen. Wir haben alle Entscheidungen. Die wichtigste Sache ist, dass wir keine Regretungen haben. Danke. Bitte spreche. Jetzt machen wir das letzte. Ja. 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 Vielen Dank. Es sagt hier hinter der Werkstatt rechts. Hier! What is your plan, Stardust? We're going to bring the Stardust to the temple in the Halls. Did you deduct from the Aristoi's share without permission? You're very bold. It's my duty to allocate these Stardust. Marvel enforces martial law without a thought for the slaves and the poor. I have nothing to say to those Aristoi. So, I think he made a practical choice. How can you say that? If you weren't my bodyguard, you might have been left to die as well. You don't need to worry about me. I can take care of myself just fine. Plus, you can't save everyone. You're an Alcon. Haven't you come to see the pragmatism in sacrificing others? Your ideals are first and foremost in all of your thoughts and actions. It makes me worry about you. If you disagree with me, you don't have to follow. Come now. You know, I can't save your orders. No matter what you say, I can't abandon the slaves. Right. What's the matter? You need to follow more subtle if you want to use reverse psychology on me. Let's go, my scientist. Wow. So this is Argus Plaza. ... 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 stern globos ich habe es nicht gesehen sind keine eulen figuren ich hätte gerne erst mal so ein teleport für das gebiet haben die haben aus dem stern stopp wein gemacht ok ja wenn es schmeckt ach so ich hatte bei dem boss kampf die musik ausgemacht versuchen erstmal zu ignorieren kannst du hier ich konnte so reinlaufen von weil gardet ich glaube nicht ich bin ich bin ich bin ich bin zumal nein lass das ich dachte man könnte was mit dem brunnen machen auch nicht es soll nicht stören nur ein wenig auch nicht von der macht alles von irgendwelchen anderen seiten machen das dann nicht ja 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 echt bis dahinten ganz hoch ein extra immer dran vorbeigelaufen ja doch ist das zeichnet gar nicht gesehen gerade was ist das ich bin nicht mit dir spielen lass mir ruhe ich kenne wir halt alle schon was gehört blöd wer hat mit dir gesprungen hm this must be the garden behind the house there must be some way in around here erst mal wird weiter gelootet bis wir diesen der die das narkis gefunden haben da vielleicht wahrscheinlich hm aha doch loot gut versteckt minerva did you really agree to this to stripping us of our revered statuses how could you that human propose the resonator act i don't understand i agree to it surely for business reasons a significant increase in starite supply and demand bodes well for our industrial prospects but aren't you concerned that the slaves can more easily inside undress once they possess starite we will make only the most basic of public facilities available they'll still be excluded from the special ones and that would already be enough to boost our business the commoners thought they could be richer could be privileged yet by then we will already possess more powerful starites and we would have long become richer than even presses their worth will never surpass that in the eras toy i uh i haven't considered such a thing but agnes your family's business will also prosper because of this i simply can't see any drawbacks but starite is a symbol of glory of nobility this is our history it carries a significant meaning to the aristoi then we will create a new symbol of nobility is that so difficult oh gods watch over us what you said is far beyond what i could i need to you trust so du bist der die das was versuchen oder ne bist du nicht nur eine nervensäge mit viel text dann versuchen wir den geheimen weg stritten dallanise ganz klar der die das schaun Dann bin ich jetzt bei meinen 50, die ich haben wollte. Also ich bin jetzt durch. Das war so wollte ich eigentlich skillen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch mehr machen soll. Ja, führe mich. Genau, wo die anderen Charaktere, die sagen, hey, wir kommen mit dir mit, macht ja auch nichts. Wir gehen einfach weiter. Wir stecken ein, was nicht uns gehört und irgendwann kommt er hinterher. Opiumhöhle, goll. Oh, ja. Lord Marble, I heard that the situation in the bazaar is deteriorating. Can we retake the amphitheater? Just be patient. Our counteroffensive will succeed. Yes, this is all making us doubt you. Rest assured, everything is under control. You're free to offer your opinions, but please remember who allows you your liberties around here. Archon, the outsider is coming. Hm, finally. Everyone, this is Hilda of the Northwind Legion. She's the outsider that defeated Eulalia. Let's welcome her. She's a hero and deserves our praise. Uh, thank you. But I'm no hero. Many would agree. As an outsider, you not only broke into the city without permission, but also created even more chaos by killing Barad. And let's not forget that your kingdom's legion is working for Eumenides. You've caused great unrest among the citizenry and created new threats. Well... Archon, she killed Eulalia. That doesn't make up for her mistake, does it? Tell me, why should I tolerate outsiders causing chaos in my city? I explained it quite clearly in the letter, Archon. Mistress, it's been some time. You really came. Yes, and I assume you're going to be busy preparing for the trials? Yes, of course. For the glory of the battle maiden, I will keep my promise. You did explain in the letter, though I am having trouble believing that the adherents rely so heavily on this young girl. I can hear your disappointment. But in Aphis, a young girl can possess a millennium of experience. Actions always outweigh appearances. I believe you would agree. Minerva, my dear sister, how are you? I'm fine. Thank you for your concern. I'm ready to begin the trials at any time. Wait, sister. Hold on just one minute. Before you take the trials, can she... Can this little girl really protect you? I have no doubt about my choice. You also had no doubt about your husband. Don't worry, Archon. We trust Minerva's judgment. Loot? Speicherpunkte? I should confirm the next step with Minerva before proceeding. Huh? I want to not be able to move from there. Thank you. Then not? Okay. Dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Gucken mal an, was für Trials wir machen müssen. Bis dahin. Ciao, Leute. Auftitrage ST' 501. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020